Teil 68 Der frische Geruch nach Brötchen weckte Draco und verschlafen öffnete er die Augen. Die Sonne sickerte warm durch die schlampe geschlossenen Vorhänge und Draco setzte sich auf. Na du? begrüßte er Jumenta, welcher am Fußende saß und ihn mit seinem wachsamen Augen musterte. Was, guckst du so? fragte Draco und streckte die Hand aus, um den Kater zu sich zu locken. Gestern Abend war Draco alleine ins Bett gegangen und hatte sich dreist auf Potters Bettseite gelegt. Bis heute behauptete Potter, dass er nur auf der linken Seite gut schlafen könnte. Es war also an der Zeit, dem Helden zu beweisen, dass er mit dieser Vermutung falsch lag. Ohne zu mochen hatte Potter die andere Seite belegt und es war kein Ton der Klage über seine Lippen gekommen. Noch immer rührte Jumenta sich nicht. Draco schnalzte lockend mit der Zunge, doch der Kater maunzte, sprang vom Bett und verschwand durch die angelehnte Tür. Mistvieh! zischte er dem Kater nach und kräuselte die Nase, als er das Klirren von Geschirr und Fußtritte hörte. Mit einem voll beladenen Tablett kam Potter rein, lächelte ihn an und stellte es umsichtig auf der Bettdecke ab. Ich dachte, dass wir gemütlich im Bett frühstücken könnten. Du kannst denken, stieß Draco aus und schlug sich vor gespieltem Entsetzen eine Hand vor den halboffenen Mund. Jeden Morgen eine neue Überraschung. Bei diesen Worten verrutschte Potters Lächeln eine Nuance, doch er antwortete nicht direkt darauf, sondern setzte sich auf die Bettkante. Willst du Kaffee haben? Ich habe auch Saft mitgebracht. Erklärte er unnötigerweise und deutete auf die Karaffe voller frisch gepresstem Orangensaft. Ich nehme einmal Kaffee und einmal weniger rumgelabere. Wieder reagierte Potter nicht auf seine verletzenden Worte und Draco ballte wütend die Faust. Wieso er dumm dreistete Potter sich, nicht auf ihn zu reagieren? Immerhin waren sie in einer Partnerschaft und auch Draco ging auf die dummen Sprüche ein, die Potter aus dem Mund fielen. Und das kam, wen würde es wundern, sehr häufig vor. Hier, vorsichtig, um nichts zu verschütten, reichte Potter ihm die Tasse und Draco war versucht, sie aus Versehen durch seine Finger rutschen zu lassen. Aber er griff danach, nahm einen tiefen Schluck und beobachtete die Eule vor dem Fenster, welche mit dem Propheten näher kam. Mach auf! forderte er Potter auf, als die Eule landete, von rechts nach links über den Fenstersims hüpfte und in das Schlafzimmer starrte. Wieder reagierte Potter prompt, bezahlte die Eule, striche über den Kopf, was diese mit einem fiependen Laut quittierte und reichte Draco den Propheten. Alles in ihm brannte darauf, Potter zu reizen. Zu gerne wollte er sehen, wie Potter sich wirklich aufregte, aber er schien einfach kein Glück zu haben. Potter war die Ausgewogenheit in Person, als ob er einen Trank genommen hätte, und das wurmte Draco. Du hast doch deine kleine Ex-Schlampe geküsst, sagte Draco geistesabwesend und studierte die Titelseite. Ja, bestätigte Potter tonlos und Draco schielte zu ihm. Nun sah Potter nicht mehr entspannt, sondern ziemlich zerknirscht aus. Gleiches Recht für alle. Darf ich jetzt auch eine meiner Ex-Freundinnen herholen und ihr die Zunge in den Hals stecken? Es reicht! Durch den Doppelklang stellten sich Dracos Armhaare auf und er erschauderte. Tut es das? Fragte er nach, senkte die Zeitung und nahm einen tiefen Schluck aus seiner Tasse, während der Potter fixierte, dass sich ein Brötchen zu schmieren begann. Ja, es reicht! Du weißt, dass ich mir das mit Ginny und alles, das ich dir danach angetan habe, nicht verzeihen kann. Dich so schutzlos unter mir zu wissen, widert mich an. Aber mit der Kapsel war es wie ein Rausch. Es hat gut getan, deine Schmerzen und dein Leid zu sehen. Ich wollte dich verletzen und dir wehtun. Und das ist mit Abstand das Abartigste, das ich jemals getan habe. Nun sah Potter auf und ihre Blicke kreuzten sich. Ich kann dir nur versprechen, dass es nie wieder vorkommen wird. Und ich weiß, dass es das auch niemals mehr wird. Diese Kapsel! Mit einer Hand deutete Potter in Richtung von Dracos Hals. Sie verändert ein. Ich weiß das. Also, jetzt weiß ich es. Als ich sie getragen habe, konnte ich mein Verhalten nicht hinterfragen. Es war wie ein Wellengang. Sobald ich irgendjemandem wehgetan habe, sei es den Elfen, dir oder meinen Freunden, ging es mir kurzzeitig besser. Mir tat sogar leid, was ich getan habe. Aber ich konnte und wollte mich selber nicht zurückhalten, sobald ich wieder das Verlangen danach hatte, dir zu schaden. Wenn ich diese Kapsel länger getragen hätte, dann hätte ich dich irgendwann zu Tode gefoltert. Heftig schluckte Potter bei dieser Offenbarung und senkte den Blick auf seine bloßen Füße. Mit den Fingern pulte er an seinem großen Zehennagel herum, ehe er wieder hoch sah und leicht, aber betroffen lächelte. Deswegen weiß ich genau, dass du gerade nicht mal verstehen kannst, was ich sage. Du siehst nicht, dass dein Verhalten falsch ist. Genervt verdrehte Draco die Augen. Potter hatte sich wie ein triebgesteuertes Schwein benommen. Er war so abartig gewesen, dass Draco in ihrer Beziehung gezweifelt hatte. Aber nun war der Sachverhalt anders. Ihn veränderte diese Kapsel nicht. Es waren keine Auswirkungen zu spüren und nur weil die anderen mit seiner ehrlichen Meinung nicht zurecht kamen, warfen sie ihm vor, dass er sich verändert hatte. Hatte ich nicht eben weniger Labern bestellt? Tief holte Potter Luft und nickte. Tut mir leid, hab ich vergessen. Bekomme ich den Sportteil? Den hier? Fragte Draco nach und hielt die entsprechende Seite hoch, auf welchem eine lächelnde Sportmannschaft zu sehen war. Leicht nickte Potter, steckte sich sein Wurstbrot in den Mund, rutschte nach hinten an das Kopfende des Bettes und streckte eine Hand aus. Ups! Grinsend sprach Draco nonverbal einen Feuerzauber. Doch alles, was passierte, war, dass die Seite sich leicht schwärzte, an der einen Schnittkante zu glühen begann und wieder erlosch. Diese Schwäche hatte er vergessen und erstarrte Potter wütend an, der wegen diesem Missgeschicks allerdings nicht lachte, sondern ihm sacht über den Arm strich. Nur noch vier Wochen, Draco, und bis dahin werde ich auf dich aufpassen. Tatsächlich hielt Potter sein Versprechen. Wie ein kleiner, nerviger Hund folgte Potter ihm den ganzen Tag über. Egal, wo er hinging und was er machte. Und das Schlimmste war, dass Potter so scheißfreundlich und geduldig war, dass Draco glaubte, wegen dem ganzen Zucker zu kleben, der von Potter abbröselte. Da er Potter nicht per Zauber, da jeder Spruch selbst mit Zauberstab, nur sehr kläglich funktionierte oder körperlich schaden konnte, musste er sich auf seine spitze Zunge verlassen. Aber selbst das funktionierte nun bedingt. Zwar ließ Potter ihn alles sagen, aber manchmal sagte er schlicht Stopp und Draco musste sich dem Befehl beugen und konnte nicht weiter in der Wunde bohren, wenn er eine gefunden hatte. Auch das Schlammblut und der Nager kamen am späten Morgen vorbei, um nach ihrem neuesten Projekt, ihm, zu schauen. Bevor sie da gewesen waren, hatte Potter ihm knapp befehlend gesagt, dass er es nicht dulden würde, dass er seine Freunde beleidigte. Also hatte Draco seine direkte Taktik geändert und hatte sie mit Sarkasmus und Ironie bombardiert. Doch nicht mal die Ratte hatte sich von ihm reizen lassen. Sie alle drei schienen Tränke genommen zu haben, die ihre Geduld bis ins Unendliche zu weiten schienen. Und Draco hasste sie alle drei. Das war heute. Her rearbez Lake. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.